Musik Und Sie alle recht herzlich zur Kirche in Glauben von Kollege Gunter. Es ist ein großes Fest, ein Fest, das seine Folge haben wird, ein Leben lang, das seinen Kreisen ziehen wird. Und genau dazu passt das erste Lied zuvor. Ins Wasser brennt ein Stein und sieht doch beide Kreis. Auf dem Lied stand das erste Lied. Musik 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 Wir wählen mit diesem Tag. Herr, du erforschst uns und gehst. Du verstehst unsere Gedanken von Ferne und siehst all unsere Wege. Es ist kein Wort auf unserer Zunge, das du, Herr, nicht schon liebst. Lass uns nun mit deinem Namen geschlossenen Platz. Und wir als Ehemann nach Gottes Gebot und Verheizung leben. Einander als Gottes Gebot und Ehre und einander mit Freunden und Freunden leiden, bis der Tod euch scheitert, so einfach gemeinsam, ja, mit Gottes Sohn. Ja, mit Gottes Hilfe. So lebt einander in der Rechte an, dass er für uns unter diesen zwischendurch Kirche heute hier in Gottes Gebot im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und alle Mächtigen, barmherzige Gott segne euch und bewahre euch von den Brüßen. Ergeleite euch sein Wort und behalte euch bei seinen Brüßen. Er schenke euch ein Gehörter und ein großes Herz und blühe euch in den Brüßen. Und nun gebt euch den Brüßen als Zeichen eurer Brüßen. Er schenke euch ein Gehörter und ein großes Herz und blühe euch in den Brüßen. Er schenke euch ein Gehörter und ein großes Herz und blühe euch in den Brüßen. Er schenke euch ein Gehörter und ein großes Herz und ein großes Herz und ein großes Herz. damit ihr Leben nicht genügt. Die in die Höhe der Erziehung gewohnt, für eure Arbeit zu sein und Uneinheit zu streiten, um uns zu verfolgen zu sein. Die Freude an ihrer Familie und an ihrer Arbeit und wegen aller Stattung. Wir beten gemeinsam. Vater, Gott.